Hallo Herr Hinterwallner, willkommen beim Analysten-Talk von Upper Finance und der Wiener Börse. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön, danke für die Einladung. Sie sind der Leiter des Aktienresearch der Raiffeisenbank International. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht derzeit das makroökonomische Gesamtbild dar? Was erwartet uns nächstes Jahr? Also insgesamt muss man sagen, dass nach dem doch relativ starken Vorjahr, was die wirtschaftliche Dynamik betrifft, heuer eine ganz klare Abkühlung in der Eurozone stattfindet und ist natürlich einerseits auf Bauinvestitionen zurückzuführen, die zurückgehen, aber natürlich auch sehr stark davon getrieben, dass hier die Notenbanken die geldpolitische Situation dramatisch verändert haben durch die sehr starken Zinsanhebungen und daher spürt man natürlich einen deutlichen Bremseffekt mittlerweile in der Konjunktur. Dementsprechend ist eben heuer eine deutliche Verlangsamung der Konjunktur zu erwarten und in Richtung nächstes Jahr erwarten wir dann eine Stabilisierung, eine leichte, sanfte Erholung. Das heißt, wir schrammen heuer an einer Rezession vorbei, eine Stagflationsrezession aufgrund der hohen Inflation und nächstes Jahr soll es eine leichte Verbesserung geben, aber insgesamt bleibt das wirtschaftliche Umfeld ein Mauers. Wie wird sich die Inflation nächstes Jahr entwickeln? Kommt die wieder zurück oder bleibt das ein Thema? Die Inflation ist natürlich ganz klar das aufregende Thema Nummer eins und ein wesentlicher Baustein des aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. Wir haben die Situation, dass wir rekordhohe Inflationsraten hatten. Mittlerweile muss man sagen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. In den USA war das letztes Jahr im Juni schon der Fall, die Spitze der Inflationsrate. In der Eurozone war es im Herbst des letzten Jahres der Fall. Das heißt, es geht ganz klar in die richtige Richtung. Die Inflationsraten kommen deutlich zurück. Ist auch darauf zurückzuführen, dass natürlich im Jahresvergleich die Energiepreise sozusagen jetzt sogar einen Beitrag bringen zu einer Verlangsamung der Inflationsrate. Aber man muss ganz klar sagen, die Inflation ist nach wie vor sehr hoch und es dauert einige Zeit, bis man wieder in Bereiche kommt, die für die Notenbanken dann letztendlich auch tolerabel sind. Das heißt, wir haben nach dem letzten Jahr, wo wir sehr hohe Inflationsraten hatten, heuer noch ein Jahr, sage ich jetzt mal, des Übergangs mit einer Inflationsrate von 5,6 Prozent in der Eurozone zum Beispiel und erst im nächsten Jahr soll es dann in Richtung 3, 3,5 Prozent gehen und 2025 dann wiederum in Dimensionen mit etwas mehr als 2 Prozent, die für die Notenbanken dann letztendlich auch wieder tolerabel sind. Das heißt, ab dann können wir auch mit Zinssenkungen wieder rechnen? Der Zinspfad, den muss man ein bisschen differenzierter sehen. Die Notenbanken haben hier mit ja wirklich dramatischen Zinsanhebungen auf das neue Inflationsumfeld reagiert. Wir haben einen Leitzinssatz, was den Refinanzierungssatz betrifft, bei der EZB von 4,5 Prozent. In den USA sind wir bei 5,5 Prozent. Das war nahezu eine beispiellose Zinsanhebungskampagne. Jetzt sind wir mit dem Status, wo die Notenbanken am Ende der Zinsanhebungskampagne angekommen sind und datenabhängig schauen, ob noch was draufgelegt werden muss oder nicht. Und des Weiteren gibt es natürlich auch die Idee, dieses Zinsplateau, das wir jetzt erreicht haben, eine Zeit lang auch länger zu gestalten, um wirklich auch sicherzugehen, dass die Inflation nachhaltig zurückkommt. Wir glauben, dass die EZB, aber auch die FED letztendlich die letzte Zinsanhebung schon getätigt hat. Gehen davon aus, dass wir jetzt einige Monate sehen, wo wir auf diesem Zinsplateau bleiben. Aber in Richtung 2024 sollte es dann schon die Situation erlauben, aufgrund der rückläufigen Inflationsraten, dass die Notenbanken hier erste Zinssenkungen durchführen. Die FED sollte hier etwas proaktiver akrieren. Das heißt, hier sehen wir zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr, ein bisschen früher als bei der EZB. Aber auch die EZB sollte dann im Jahresverlauf, also insbesondere in Richtung zweiter Jahreshälfte, dann mit ersten Zinssenkungen nachziehen. In Summe muss man aber auch sagen, die Inflation ist schnell nach oben gegangen. Die Notenbanken haben die Zinsen sehr schnell und sehr stark angehoben. Die Inflation geht langsam zurück und dementsprechend darf man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Zinsen dann wieder sehr schnell und sehr stark gesenkt werden, sondern das ist ein Marathon, der dann doch einige Zeit dauert, bis wir wieder niedrigere Zinsniveaus auch sehen werden. Sie haben die Eurotone angesprochen. Wie sieht der Wachstumsauspräch für die USA aus? Also in den USA haben wir zuletzt noch deutlich stärkere Wachstumsraten gesehen. Natürlich auch aufgrund des Umstands, dass in den USA die Energieproblematik weitaus weniger ausgeprägt war. Man natürlich auch nicht so stark von den geopolitischen Verwerfungen betroffen war. Hier ist aber natürlich auch klar sichtbar, dass die deutlichen Zinsanhebungen jetzt auch zu einer Eintrübung führen und hier ist davon auszugehen, dass die konjunkturelle Dynamik im nächsten Jahr in den USA doch erheblich abnimmt. Das heißt, hier ist dann eine Wachstumsrate von in etwa 0,8 Prozent aktuell vom Konsens erwartet. Auch hier sozusagen ein Soft Landing und eine sanfte Wiederbeschleunigung dann in Richtung 2025. In Summe ein Umfeld, wo das Wirtschaftswachstum global in den USA, in der Eurozone, in China nicht allzu stark ist, aber eben auch kein Beinbruch, also auch keine scharfe Rezession. Was bedeutet das Umfeld für die Gewinnentwicklung der Unternehmen und in Folge für die Entwicklung der Aktienbörsen? Ja, was erstaunlich ist, trotz dieser doch problematischen Ausgangslage, was jetzt die wirtschaftliche Dynamik betrifft, ist es den Unternehmen im letzten Jahr gelungen, die Gewinne doch nochmal sehr stark auszubauen, insbesondere auch in der Eurozone. Hier haben wir einen Gewinnwachstum von 20 Prozent und mehr gehabt. Das heißt, die Unternehmen konnten eigentlich die Preisanstiege auf der Kostenseite sehr gut an die Endkunden weitergeben. Im heurigen Jahr haben wir die Situation, dass in den USA die Gewinndynamik stagniert und in der Eurozone haben wir sanftes, aber solides Gewinnwachstum. Und auch die Perspektive für nächstes Jahr ist durchaus solide. Hier haben wir in den USA für den S&P 500, für die Unternehmen im Aggregat eine Gewinnwachstumserwartung von knapp 11 Prozent. In der Eurozone sind es 5 Prozent. Also insgesamt ein durchaus solides Umfeld, was eben auch zeigt, dass diese Stagflationsrezessionen für die Unternehmen in Summe ganz gut verkraftbar sind, weil eben über die Inflation doch einiges an Umsatz und Gewinnanstieg auch dazu beigetragen wird. Kann man daraus schließen, dass auch für die Börsen ein gutes Jahr zu erwarten ist? Ja, im Hinblick auf die Börsenentwicklung muss man sagen, einerseits natürlich der Aktienmarkt hat jetzt auch wieder zusehends Konkurrenz von den festverzinslichen Wertpapieren. Insofern ist sicherlich auch in diesem Kontext ein balancierteres Portfolio von Nöten. Wir sind aber auch durchaus optimistisch, was die Aktienmarktentwicklung betrifft. Die Ingredienzen dafür sind einerseits die Erwartung, dass wir hier davon ausgehen, dass es kein Hardlanding gibt, sondern eben eine sanfte Landung der Wirtschaft in der Eurozone, aber auch in den USA. Des Weiteren eben ein solider Gewinnwachstumsausblick. Das heißt, die Unternehmen können die höheren Kosten recht gut weitergeben. Und last but not least, dadurch, dass wir dann im nächsten Jahr, also 2024, dann mit der Zinssenkungsdebatte beginnen werden, ist es sicherlich ein Umstand, der den Aktienmärkten dann auch Rückenwind bereiten wird. Welche Branchen oder andere Themen im Aktienbereich würden Sie Anlegern besonders ans Herz legen? Also hier muss man, glaube ich, differenzieren zwischen kürzer und längerfristig. Kurzfristig finden wir insbesondere auch den Energiesektor sehr attraktiv, aufgrund der doch nach wie vor relativ hohen Energiepreise. Das heißt, hier gibt es zahlreiche Unternehmen, die wirklich sehr gutes Geld verdienen. Und wir sehen eben auch den Sektor bewertungsseitig sehr attraktiv. Das heißt, das ist hier eine Möglichkeit, sich auch kurzfristig zu engagieren. Mittel- und längerfristig sind es aber dann doch auch wieder die Tech-Titel und die Kommunikationstitel, die sicherlich mittel- und langfristig von diesen strukturellen Wachstumstrends auch profitieren werden. Stichwort Cloud Computing, Stichwort KI, Stichwort Halbleiter-Boom, den wir zuletzt gesehen haben. Wie sehen Sie den Ausblick ganz spezifisch für die Wiener Börse im kommenden Jahr? Also die Wiener Börse halten wir im aktuellen Umfeld für sehr attraktiv. Man muss sagen, dass der österreichische Aktienmarkt in den letzten Jahren etwas zurückgeblieben ist. Ist natürlich auch auf teilweise sektorspezifische Themen zurückzuführen und auch aufgrund der Situation, dass natürlich österreichische Unternehmen eher klein- und mittelgroßkapitalisiert sind. Wir sehen aber zum aktuellen Zeitpunkt, dass sehr viele Unternehmen an der Wiener Börse unterbewertet sind und glauben, dass hier dieser Bewertungsabschlag deutlich zu groß ist und sehen hier eigentlich deutlicher Aufholpotenzial und würden der Wiener Börse und dem ATX hier eine Outperformance auf zwölf Monatssicht und darüber hinaus zutrauen. Welche Branchen oder gar Einzeltitel würden Sie Anleger an der Wiener Börse besonders ans Herz legen? Zwei Titel, die aktuell aus unserer Sicht sehr attraktiv sind, die auch zu unseren Top-Favoriten zählen, ist einerseits die Andritz, die hier zuletzt eigentlich sehr gute Zahlen präsentiert hat, in vielen Bereichen auch sehr gut positioniert ist, natürlich auch davon profitiert, dass sich die eine oder andere Anlage, sage ich jetzt mit dem Hinblick auf Energie, jetzt deutlich schneller amortisiert aufgrund der höheren Elektrizitätspreise und zudem sehen wir den Titel auch unterbewertet im Vergleich zur Peergroup, das heißt auch hier Aufholpotenzial gegeben. Und ein zweiter unserer Top-Picks wäre die OMV. Die OMV ist im internationalen Vergleich günstig bewertet, profitiert von den Energiepreisen, hat eine sehr hohe Dividendenrendit von 8-9 Prozent und wir sehen eben auch die Chance, dass man hier im Petrochemie-Bereich doch einiges an Value auch heben kann und das sollte der Aktie im nächsten Jahr dann auch deutlich Rückenwind verleihen. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank für eure Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.